Doch der Klapprad-Doktor weiß, wie man lahme Räder wieder munter macht. Für meinen innerlichen Seelenfrieden ist das einfach irre, jemand was zu machen. Er fährt doch aus und hat Spaß und kommt dann zu mir und sagt, danke Doktor. Und das ist für mich so mehr wie, wann ich jetzt da würde, ich verdiene riesig Geld und irgendwann fahre ich herab.